Wir haben Verteidigungsstrategien entwickelt, um sicherzustellen, dass Harry Potter nie wieder einen Fuß nach Hogwarts setzt. Wie es scheint, haben Sie ein Sicherheitsproblem. Und ich fürchte, es ist wirklich gravierend, Herr Direktor. Wie können Sie es wagen, Dumbledores Platz einzunehmen? Sagen Sie ihm, wie Sie ihm in die Augen gesehen und ihn ermordet haben. Sagen Sie es! Epischer Fall gegenüber dem Lehrer. Hältst dich wohl für mutig, hierher zu kommen, was? Dumm wäre wohl treffender. Wie Caros, Besiege Amykos und Alekty. Oh, es gibt es. Stupor! Stupor! Oh mein Gott, jetzt darf ich mir draufhauen. Ich denke, wir sollten Gryffindor ein paar Punkte abziehen. Was denkst du nicht? 20 Punkte müssten sein. Hä, was ist denn Punkte? Ach ja, Punkte hier. Was interessieren mich die Punkte? Ist der Tod? Ach nee, hat sich nur aufgeregt. Bärum, bärum, bärum. Random zwischenwächst mal wieder. Was bringt das? Expulse nochmal? Oh, das ist ganz einfach voll schnell. Das ist geil. Alter, die Frau ist so langsam. Das ist ja normal. Ich bin immer im Zielmodus mit der Fallen. Aber ich habe Sammler weg, den ist das gefunden. Das ist natürlich sinnvoll. Vollerei. Oh mein Gott, der Till. Eins, 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 eins. Ganz oft eins drücken. Wow, ich bin so gut. Das war ja für die Zwischenlage. Das war ja Abwechslung pur. Wow, wie er reinhaut, der Zauber. Komm, wir auf die Lebenanzeige reingucken. Äh, ho, 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 ho. Au, au. Da oben. Hören Sie auf. Gibt dir das. Wie die Leben ist das Säge so runter, geht durch den Zauber. Du hast den Krieg gehalten da oben. Was ist denn da? Seien Sie vernünftig, Minerva. Er hat keine Chance. Er hat keine Chance. Du bist vielleicht kaputt mit dem Zeug. Yay. So, letzten Angriff. Schild kaputt machen. Zack, 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 zack. Ich bin ab und du hast keine Energie mehr. Mach mal eins drücken. Genug ist genug. Genug ist genug. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ist er als böse auf mich? Oder auf sie? Feigling. Feigling. Wie es scheint, ist unser Schulleiter verschwunden. Oh mein Gott. Ich werde niemandem etwas tun. Gebt mir Harry Potter. Und ich, Voldemort, lasse Hogwarts unversehrt. Gebt mir Harry Potter. Ihr werdet belohnt werden. Schhh. Ich denke, es gibt einen Grund, warum Sie zurückgekommen sind, Mr. Potter. Was brauchen Sie? Zeit. Zeit, um das Diadem von Ravenclaw zu finden. Tun Sie, was Sie tun müssen. Yeah. Geht's wohl drauf. Wie Sie sich an das Schloss. Longbottom, Miss Weasley, Finnegan, ich habe Arbeit für Sie. Mit voll in der Schule gefeitet. Sie wissen sicher, dass wir, du weißt schon wen, nicht daran hindern können, herzukommen. Das heißt aber nicht, dass wir ihn nicht aufhalten können. Pietotum, Lokomotiv. Hogwarts ist in Gefahr. Bedürfen Sie die Grenzen und beschützen Sie uns. Protego Maxima. Geil. Da wird ein Zauber gewürgt. Gewürgt, gewürgt. Harry. Es spielt keine Rolle, ob wir die Horcruxe finden. Es sei denn, wir können sie zerstören. Du hast Riddles Tagebuch mit einem Basiliskenzahn zerstört. Und wir wissen, wo wir ihn finden können, oder? Wir gehen in die Kamera des Schreckens. Okay, nehmt die Karte des Drumtreibers mit. Dann könnt ihr mich finden. Jo, ähm, hier. Das ist wirklich hier. Das ist unfassbar spaßig, spannend und abwechslungsreich. Geil, bin ich jetzt wieder am Kammer des Schreckens? Aha. Geil, hier ist... Ich bin Hermine! Juhu! Oh. Kann ich das auch? Yay, ich kann Exposo. Ich hätte nie gedacht, dass ich je wieder herkommen würde. Was immer dort unten ist, wir müssen einfach nur den Basiliskenzahn besorgen. Trolle, Todesser, Slytherin, alles egal, wo ich bin. Oh, Mann. Was ist das? Augen, die mich anschauen. Geil. Was ist das? Ja, rechts oder links? Das Schloss wird angegriffen. Beeilen wir uns. Es... Es hat aufgehört. Hermine! Komm mal her, du Assi. Lass mich nicht allein. Die haben wir nicht rum. So, die Glühwürmchen sind hier auch unterwegs. Spinnen. Och nö. Was ist das? Das ist ein Kampf gegen eine Riesenspinne. Wäre natürlich episch. Ich glaube, ich drehe mich im Kreis, wenn ich hier langlaufe. Das ist ein Kampf gegen eine Riesenspinne, bis wir folgen. Holen wir den Zahn und stürzen wir uns wieder in die Schlacht. Mir wäre es fast schon lieber, du kriegst schon, wer würde uns angreifen. Das ist das für ein Schüssel, das ist nicht normal. Los, Emma Watson. Ach, du voll Idiot. Ich bin okay. Danke. Du solltest besser aufpassen. Diese Gänge sind sehr alt. Zu ronnen. Geil. Er macht einfach nur Licht. Was ist denn das für ein Assi? Das ist echt spannend hier. Spannung pur. Spannung pur. Na ja, Mädels, aber ich glaube, diese Aufnahme-Session ist jetzt vorbei. Das sage ich jetzt mal so. Wenn es krabbelt noch spinnen. Ja, genau. Ähm, jo. Halte sie mit Protego zurück. Geil. Ja, wir sind bald wieder hier. Oder halt, ich spiele mal weiter irgendwann. Ja, alles klar. Dann, äh, ihr Servus. Tut mir leid für die ganzen, für diese rauen Soundrachler. Rascheln im Hintergrund, rauscheln im Hintergrund. Wenn das jemand weiß, was es ist. Dann, äh, bitte schreiben. Das wäre sehr nett. Genauso, was die Controller betrifft. Ich spiele mit Mausentastatur. Wir würden viel mehr taugen, mit dem richtigen Controller zu spielen. Typisch. Ja, das ist perfekt das Zeitpunkt. Bei diesem innovativ, genialen, abwechslungsreichen Missionsdesign. Aufzuhören. Bis zum nächsten Mal. sage ich, genau, sage ich, Ben. Tschüss.